jetzt geht es wieder weiter das darf nicht wahr sein keine ahnung also ich glaube ich muss da drei draus machen ich weiß nicht was das soll jetzt geht es schon wieder weiter also irgendwie stimmt mein handy hier keine ahnung wir machen da drei teile draus dass wir wenigstens einen abschluss haben also können wir jetzt noch mal zehn minuten oder so keine ahnung guckt euch das an wie schön das ist hier ich will es euch doch wenigstens noch bis zu ende zeigen und mich wenigstens noch verabschieden da ist es ist der hammer ist der hammer die anleitung und auch die hier ist noch mal eins ja und was das andere bedeutet das kann ich echt nicht sagen warum das jetzt kommen noch technik technik tool und talk und natürlich wie in jedem buch auch noch die charts und dann hatten wir hier hinten noch das fand ich auch so toll noch mal die ganze szenerie wo sie die bilder aufgenommen haben ein bisschen geschichte über england über die viktorianische zeit und alles mögliche also das ist jetzt überlegt mal ich habe das ganze jetzt in drei mal musste ich das machen und ich weiß nicht warum man gut dass das kind hier ist der sohn hier haben sie die location noch mal aufgenommen denn der muss sich das handy gleich mal angucken denn das ist ja nicht normal so ich habe 195 seiten und zwar gekostet hat es 29 euro 29 95 us dollar also es ist ein amerikanisches von dem amerikanischen markt ja es sollte eigentlich alles ein bisschen anders laufen ein bisschen anders gehen funktioniert heute halt nicht ich weiß nicht woran es liegt ich werde so ne man gleich mal fragen ob er weiß warum das so ist dass hier ewig das ding stehen bleibt man weiß nicht vielleicht sollte ich mir ein neues handy kaufen ja gut ich werde jetzt weiter gucken habe schon mal in gegelnade geblieben ist auf jeden fall bin ich schon angefangen hatte ich ja vorhin und in der zwischenzeit habe ich auch schon ein bisschen mit dem muster angefangen ich will mal gucken wie das wird das muster habe ich mich noch nicht entschlossen ich weiß es noch nicht und ich mache einfach mal so drauf los schauen wir mal was dienstag dabei rauskommt ich hoffe dass ich dienstag aufnehmen kann ganz normal und nicht so wie jetzt das ist ja für mich eine katastrophe gestern vorgestern immer und immer wieder konnte ich hier bis zu zwei stunden eine aufnahme machen und jetzt ist plötzlich der wurm drin man weiß es nicht ich wünsche euch einen schönen samstag einen schönen sonntag und wir sehen uns am dienstag wieder weil das hatte ich ja schon bei adele und auch beim anfang gesagt diesem chaos video was ich heute hatte dass wir erst mal mit den büchern aufhören und erst mal zu sehen zwischendurch mal eins mal machen und ich will hoffen dass ich überhaupt ein video machen kann wer weiß was mit meinem handy hier los ist wir sehen uns am dienstag in alter frische so ich wünsche euch was ne und seid mir nicht böse dass das diesmal so abgehakt ist an mir liegt es nicht ich wollte euch trotzdem das viktorianische buch noch zeigen und ich wünsche euch alles gute wir sehen uns bleibt gesund bis dahin tschüss